Daniel Lopard vom FC St. Gallen, 0-1 Niederlage im Spitzenkampf hier in Zürich. Was ist das Fazit aus eurer Sicht des Spiels? Es war ein ziemlich auslöpferes Spiel. GEC hat heute das Momentum ein bisschen mehr auf seiner Seite gehabt und darum 1-0 gewonnen. Ihr habt erneut einen Penalty verschossen, wie schon im ersten Spiel gegen GEC. Warum klappt das gegen GEC gerade nicht? Das ist schwierig zu beantworten für mich. Vielleicht macht es Roman Björk einfach gut und ein Kompliment an ihm. Jetzt war es erneut ein sehr enges Spiel. Ist das schlimm für euch, dass ihr die erste Saison in der Lage eingesteckt habt? Schlimm schon, enttäuscht sind wir sicher. Aber wir müssen vorwärts schauen, wir sind immer noch der Aufsteiger. Nach 10 Spielen als Aufsteiger die erste Niederlage kassieren kann es mal gehen. Aber wir müssen sicher nicht den Kopf hängen.